Aber ich komme heute an der Ballon, was du wirst. Den kann ich nicht. Dann die Christischen Miegel, 2.70 Euro. Aber in Mali kann ich nicht. Ehrlich gesagt. Dies E-Fly. Geflogen von Kike Samansini. Dann kommt unsere Piper Pawnee. Geflogen von Chris Youn. Der Mann für das Final-Spektrum. Oh, da habe ich eben Angst gehabt. Weißt du, die Nase ging so weit ab. 3-3 aus der Liste Wicht. Okay, Wind. Ja, und David natürlich tief und schnell. So, und jetzt warten wir noch auf die dritte Maschine. Die Tiger Moss. Der Schaf versucht gerade den Motor anzuwerfen. Der Polizio ist immer etwas anderes. Ja, und David fliegt durchs Gelände. Nicht über das Gelände, sondern durch das Gelände. Ja, er tobt durch das Gelände. Genau. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da könnte man Tankschleifen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da könnte man Tankschleifen. Ja, und dann unten so ein gelbes, blaues Pulver rein. Ja. Wenn man es aufgeschliffen hat, wirklich dann... Ah, das war ein bisschen tiefer. Oh! David hat mir gesagt, dass er zu schüchtern ist. Er ist zu schüchtern. Wir müssen ihn mehr anfeuern. Also wenn er das nächste Mal vorbeikommt, dann müssen wir alle mal losjohlen und tiefer schreien. Oder auf Englisch. Lower. Okay, let's see him coming. Okay? We want it low, dirty and fast. Jetzt. Und David, tief! Ja, also der Schatten vom Tank war noch nicht auf der Kiste zu sehen. Okay, we will be only satisfied if we see the shadow of the Tank on the runway. Anyway, okay? It was not low enough. We need another attempt, David, unfortunately. Ah! Ja! Tief! Ah, jetzt lockt auch der Motor von der Tiger Moss. James Haley. Ja, gut. Danke. Schön mit dem Schal, ne? Gernot, was sagst du dazu? Ja, der Schal war so ziemlich das Einzige, was die Piloten noch lernen, bevor sie dann ins Flugzeug gesetzt wurden. Wie bin ich mein Schal richtig? Und dann ging das los, weil die Piloten gegen Ende vom Krieg knapp wurden. Also die Motte war ja dann nachgedrückt. Sie war erst 1931 erst. Genau. Und die Tiger-Mot ist in Amerika in den 30er oder in den 30er Jahren ein sehr berufiges Flugzeug gewesen, weil das in diesen ganzen Bahnstormer-Circuses mitgeflogen ist. Also es gab diese, wie nennt man das, Scheunenstürmer. Das heißt, es sind auf den Dörfern im Mittleren Westen abständig Flugshows stattgefunden. Das war fucking low. Das war fucking low, I would say. Awesome. Awesome. Let's, let's see it lower. Ja, was wollte ich erzählen? Achso, da gab es so Flug-Circus-Nummern. Das heißt, die sind mit Tiger-Moss und mit, wie heißt denn die andere, diese gelbe Maschine? Ähm, mit 30er und gelber, Büker und Jungmann? Hm, in Amerika. In Amerika? Sind die eben geflogen, da sind die dann mit Greenwalkern. Ja, die sind aus Land gezogen, von Städtchen zu Städtchen und auch noch ein Show gemacht. Ja, das war einfach okay. David, you know, this will be part of your PDP, so you need to get lower. PDP, das ist sowas wie ne Abmahnung. Also wenn er nicht tief genug kommt, dann kriegt er ne Abmahnung. Nur, dass wir eben halt den Leistungsdruck aufrecht erhalten. So, now he comes again. And we see whether that will be a satisfactory pass. Tiefe! Heeeey! Tankstube! Auf den Tank aufgesetzt! Heeeey! That's the show we want! Das nennt man auch Tankdrücken. Jetzt passt er nicht mehr so viel rein wie vorhin. Ne, vor allen Dingen muss er heute Nacht, weil wir wollen das Modell ja morgen ausstellen, ne? Jetzt muss er erstmal heute Nacht in die Lackierkabine und den Tank nachlackieren. Heeeey! Als erstes muss er ihn mal wieder ausfallen und aufgasen. Ich hab ja nur gesagt tiefer, ich hab nicht gesagt nicht hoch. Aber so wie er gerade angefangen ist, hab ich das Gefühl gehabt, er will jetzt die Krippe auf die Fliege. Jetzt, komm, komm, guck hinten! Wo ist er denn? Da hinter den Bäumen! In den Bäumen? Da, da dreht er ein! Oh! Das war auch ein bisschen knapp, oder? David, du weißt, ein erfolgreicher Flug ist der, wo du landst und von dir weg kannst. Oh! Und die Tiger Mors? Sehr schön! Und die große Kripper-Pornie von Hengadein, geflogen von Christian. So, und jetzt die Fae 47, Bubble-Porn, Slow-Flues, mit Gewürzeln. Tatsächlich sind sie da, da haben wir jetzt die Krippe abgewandelt. Christian versucht, ähm, was eigentlich, 3D-Betornen. Weißt du was? Das sieht scheiße aus. Stimmt. Ich finde das Rots sind ziemlich cool. Vielleicht hast du es probiert. Okay, und David fährt zwei weg auf. Alles klar. Landeklappen geht auf vorne hin. Das war jetzt auch schön. Das war jetzt schon mal. Das war jetzt schon mal. Das war jetzt schon mal. Stefan Rohn, bitte ins VIP-Zelt. Stefan Rohn, bitte ins VIP-Zelt. Hachendor. Was ist das, Chris? Das war ein kräppiges Lemberg. Ja. So, da kommt der David. Mit der C-47 Double-Trop. Von Hingern ein. Eingeschwebt. Zwei weg ausgefallen. Wandelklappen gesetzt. Tank frisch geschnitten. Und eine super Landung. David Payne aus den USA, meine Damen und Herren. Der Tank Pusher. Jetzt kommt Chris Juhn. Ganz glücklich. Ja, Bräu, wir machen jetzt nur noch mal. Wir machen jetzt nur noch mal. Ja, Bräu, wir machen jetzt nur noch mal. 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 Bräu, die Tiger Mars, von dem Seele. Ich muss mich mal nur ausschauen lassen, schau. Ja, ich bin froh.